Ich bin Simon Scarlatidis, bin 17 Jahre alt und spiele im Zentralmittelfeld. Alles klar. Bei welchem Verein hast du schon gespielt? Vor 5 Stuttgart 8 Jahre, dann SV Fellbach und anschließend hier in Wacken. Okay. Und was ist dein Ziel diese Runde? Diese Runde, dass wir mit der Mannschaft eine gute Saison spielen, dass ich gute Leistung bringe und insgesamt auch mit der Mannschaft und dass wir oben mitspielen können. Okay. Und persönlich als Fußballer, wo möchtest du einmal landen? Sehr hoch, wenn es geht. Wenn man Leistung bringt, klappt alles. Ob ich dir Glück, dann passt ich.